Willkommen zurück bei Cayman und Flexi. Und heute essen wir nur die Farben, die wir anhaben. Aber Cayman, es gibt doch eigentlich gar nicht so viel graues Essen. Da hast du recht. Und schwarzes Essen gibt es eigentlich auch nicht. So viel außer verbrannten Toast oder sowas. Nee, danke. Das will ich auch nicht, Flexi. Deswegen will ich sagen, ziehen wir uns um in die Lieblingsfarbe, die ich gerne essen will. Und du auch. Alles klar, machen wir. Drei, zwei, eins. Wow, ich esse heute grünes, gesundes Essen. Und ich esse gelbes Essen. Alter, bei mir gibt es so viel. Es gibt Salat, es gibt Gurken, es gibt einfach unendlich viel grünes, gesundes Essen. Leckere Bananen. Aber was brauchen wir jetzt noch alles? Ganz viele Lebensmittel, damit wir diese 24 Stunden heute auch überleben können. Jetzt ist es genau 9.32 Uhr, Freunde. Das heißt, wir müssen heute den ganzen Tag nur die Farben essen, die wir auch Bock haben. Frühstück, Mittagessen, vielleicht noch einen kleinen Snack. Und natürlich gesundes Abendessen. Und da würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt direkt einkaufen und nehmen euch mit. Und ratet mal wohin. Zu unserem geilsten Supermarkt, den es gibt. Kaufland, Kaufland, Kaufland. Und hoffentlich treffen wir Danny, man. Danny Boys. Danny Boys. Auf geht's. Leute, in dieser Challenge dürfen wir alle Lebensmittel essen, die auch wirklich die Farbe haben von Grund auf. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel auch eine Kiwi essen dürfen. Denn die Kiwi ist außen braun, aber innen gelb. Und darauf kommt es an. Wir sind jetzt hier bei unserem Lieblingskaufland. Ihr wisst, safety first, Freunde. Und diesmal holen wir uns direkt einen Einkaufswagen. Was? Einen großen Einkaufswagen? Wir lassen uns gerne mal unseren Kanal kostenlos abonnieren und einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, was wir alles essen sollen. Ja, geil. So, liebe Leute. Ich bin hier in dem Obstregal, holen wir erstmal leckere grüne Candytrauben. Kiwis sind innen grün. Da nehme ich auch mal zwei mit. Ich würde mal sagen, ich fange mit einer kleinen Melone an. Lecker, lecker gelbes Essen natürlich. Und jetzt hier auf jeden Fall eine Zitrone, denn sauer macht lustig. Und noch hier eine Pampelmuse, oder? Pampelmuse, man. Alles lecker und kunstig. Plexi, Mann. Was ist mit Bananen? Oh, ja. Dankeschön, Mann. Bananen natürlich auch gelb. Auf jeden Fall Klassiker. Weiter geht's. Paprika. Ey, ich nehme eine Paprika mit. Ich auch eine Paprika, gelb. Ey, geil, Leute, man. Haben wir das gleiche Essen? Holen wir uns noch was zu trinken. Was du trinkst? Für mich? Grün? Für dich? Orange? Gelb? Gelb? Passt. Leute, wir sind an so vielen Sachen noch vorbeigelaufen. Es gibt noch gelben Mais. Es gibt noch Salat. Es gibt noch Kuchen. Stimmt. Hey, wenn ihr was übersehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Oh, Ananas. Aber natürlich. Nehmen wir eine kleine mit, oder? Wir haben so viel Früchte, so viel gesundes Essen. Richtig, nein. Hier, nehmen wir so einen geilen Salat mit, oder? Mini-Roman-Salat. Perfekt. Weiter geht's, Flexi. Weiter. Ey, Flexi, Mann. Für dich gibt's viel mehr als für mich. Oh mein Gott, alles in Dosen. Ich kann noch ein paar Essiggurken mitnehmen. Habe ich richtig Bock drauf. Schlemmertöpfchen. Und ich würde mal sagen, hier, schau mal. Aprikosen-Mousse ist auf jeden Fall gelb. Hier ist ein Fock-Mousse. Ist auch gelb. Auch gelb. Ich glaube, das ist gelber. Zählt mehr. Du hast recht, Mann. Oh mein Gott, Leute. Hier ist hier alles gelbes Essen. Alles Nudeln. Alle Nudeln sind gelb. Für dich gibt's echt zu viel. Du kannst ja gar nicht alles mitnehmen, oder? Wir sollten hier mitnehmen. Eine Packung Spätzle. Gelbe. Ich hab grüne Nudeln, Mann. Hey. Perfekt. Geil. Weiter geht's. Oh mein Gott, Mann. Alles ist gelb, ey. Wie das viel zu viel, Mann. Ich nehme einfach irgendeinen und sage, ein Käsegelb. Weiter geht's. Das ist meine Abteilung, Freunde. Bohnen, Spinat. Boah, Erbsen. Alles grün, ey. Brokkoli und so. Dann sucht die mal was aus, oder? Ich nehme hier Brokkoli-Röschen, weil die Röschen sind immer ein Lecker. Okay, rein damit. So viel grünes und gelbes Essen, Leute, Mann. Guck mal, hier flext die. Hier ist grün drin, hier ist gelb drin. Was hält die davon? Die finden wir uns teilen, dann. Sollen wir es echt mitnehmen? Ja. Die finden wir uns teilen. Perfekt. Oh mein Gott. Gelbe Pringle. Und ich nehme die hier, die sind grün. Die sind grün, ja. Passt. Chips sind gelb. Ah, Mann, 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 Mann. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, hier. Two Kicks sind gelb. Alles gelb, alles gelb. Lecker weg. Noch eine Packung Wasabi-Nüsse. Mmh. Oreos sind gelb. Was ganz neu ist, oder? Richtig geil. Normalerweise in die Schwarz. Aber jetzt brauche ich noch ein paar Kleinigkeiten. Nein. Endlich habe ich meinen Waldmeister gefunden. Der ist grün flexi, oder? Das ist Bole to go. Let's go. Lecker Eis. Auf jeden Fall, Freunde. Weiter geht's. Ich habe hier was grünes gefunden, Leute. Richtig geil. Iso Limette. Guck mal hier, Flexi. Hier werden wir auch was gelbes für dich. Lecker, lecker. Eine Genusslimonade. Eine Genusslimonade. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Kasse. Das reicht für den ganzen Tag. Wir essen ja nur einen Tag damit. 24 Stunden Challenge. Vier Mahlzeit maximal. Bis gleich. Das ist unsere ganze Ausbeutung, unsere ganze Einkauf. Und ihr dürft wie immer in unseren Videos jetzt in die Kommentare schreiben, wie viel wir für das alles hier ausgegeben haben. Grünes gegen gelbes Essen. Und eins zeige gesagt, Leute, am Ende des Videos lösen wir es auf. Hier ist der Preis, Freunde. Und weißt du was krass ist, Flexi? Was denn? Wir hätten noch so viele andere Sachen kaufen können. Das war so viel. Das ist total. Das größte ist Gelb. Aber schreib gerne auch in die Kommentare, was wir übersehen haben. Gelb und Grün. Wir hätten alles kaufen können, man. Wir hätten zwei Wochen damit überleben können. Es gibt hier so vieles. So krass, Mann. Alles mögliche, was gelb ist. Aber weißt du was, Flexi? Reinher und ab ins Schaufquartier, Mann. Richtig geil, Leute. Mann, Flexi. Ich habe mein Essen, du hast dein Essen. Wir haben ungefähr gleich viel. Was besseres kann es nicht geben. Das ist echt krass, Mann. Die ganze geile Ausbeute. Meins ist grün. Dein ist gelb. Und wir haben noch zwei Sachen vergessen. Und zwar unsere bunten Mix-Marsch-Misch. Den müssen wir uns echt haben. Und ich bin gespannt, wie wir ein Eis teilen. Und hier müssen wir natürlich dann raus sortieren. Wir dürfen die Roten nicht essen. Nur Gelb und Grün. Stimmt. Jede Farbe, die man anhat. Aber das krass ist, ich glaube, damit komme ich echt gut durch den Tag. Ich komme damit auch durch den Tag. Und an wie wenig ist es Zählen oder was Gesundes. Jetzt haben wir halb elf, Leute. Halb elf schon. Halb elf. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Ich auch nicht. Deswegen will ich sagen, ich fange an mit meinem Smoothie zum Frühstück. Den nehme ich auch. Und ein paar geilen Sour Candy Cotton. Oh. Und ich nehme die Ananas. Lecker gesund am Morgen, oder? So kommt man durch. Ich habe die Cotton Candy, die schmecken nach Zuckerwarte und... Oh, nicht mal. Echt Zucker? Hä? Krass. Ich habe frische Ananas. Ups. Mh. Die ist echt lecker. Der Saft ist auch gelb, oder? Natürlich. Mh. Das ist echt lecker. Hast du denn? Ich habe so Hunger. Es ist halb elf. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Was schaust du denn so doof? Du isst den Schweinflexi, Mann. Was? Sonst bist du das doch immer. Nein. Komm. Auf geht's. Hier, Apfel, Kiwi. Lecker, lecker. Smoothie. Am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Schön grün. Und der Tag gehört dir. Passend zum T-Shirt. Aber so kann man echt gut in den Tag starten, oder? Ich würde auch sagen, wird ein kurzes Video, weil wir sind jetzt schon fertig. Jeder weiß, wie Trauben schmecken. Jeder weiß, wie andere schmecken. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am Mittag, oder? Ja. Bis später. Tschüss. Es ist 13 Uhr, Leute. Und das bedeutet Mittagszeit. Und ich würde mal sagen, wir fangen an zu kochen. Bei mir gibt es heute grüne Penne. Also grüne Spaghetti, Leute. Grüne Nudeln. Krass. Was hast du lecker? Ich habe Hochzeit Nudeln. Und zwar gelbe natürlich. Zusätzlich gibt es bei mir noch leckeren, tiefgekühlten Brokkoli. Den haue ich jetzt hier einfach rein. Oh, den Brokkoli hätte ich echt Bock. Oh, schade. Und noch Nudeln dazu. Oh, schaut euch die mal an. Die sind echt grün. Krass, Mann. Gib mal einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. So, meine Nudeln sind fertig. Dann würde ich mal sagen, ab ins Sieb. Boah, schöne Portionen, würde ich mal sagen. Alles auf einen Teller. Mmmmm, lecker, lecker. Bei Flexi meine Nudeln und mein Brokkoli ist fertig. Einmal hier rein, schön ins Sieb. Boah, schütteln, 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 schütteln. Guckt euch das an. Das ist ein richtig, richtig leckeres und gesundes Mittagessen. Flexi. So Flexi, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Werde ich haben, danke schön. Ich habe hier Erbsen. Hallo? Was denn? Was machst du denn da? Das ist rot. Ja, Tomatensauce, lecker, lecker. Ach, du meinst klassisch Spaghetti mit Geloppelwetscher. Ja, iss man doch so. Nee, das ist rotflexig, das darfst du nicht. Heute nur gelb. Oh Mann, sonst sind die Nudeln aber pur. Mmmmm. Die sind aber... So schmecken die Nudeln gar nicht. Aber das darf ich doch verwenden, oder? Aprikosenmus. Das kannst du drauf machen, bist du dir sicher? Ja, natürlich. Gut, ganz frisch. Ja, lecker, Aprikosenmus auf die Spätzle. Lecker, lecker. Mmmmm. Mmmmm. Ah, schmeckt's, oder? Auf gar keinen Fall schmeckt man es, ey. Lecker, lecker. Leute, das sind Erbsennudeln, Mann. Boah, ich krieg's kotzen, Mann. Das schmeckt richtig scheiße. Das sind Nudeln aus Erbsen, das schmeckt einfach überhaupt nicht lecker. Tut mir leid, Leute. Essen ist dein Mittagessen heute, mehr kriegst du heute nicht, das weißt du. Aber wisst du was, schreibt mir mal in die Kommentare. Ob ihr flexisch seid, eine Kombination ekelig findet, Mann. Schreibt jetzt ekelig in die Kommentare. Schreibt dir lecker in die Kommentare. Ekelig. Spätzle mit Aprikosenmus. Lecker, lecker, lecker. Wie Marmelade und Nudeln. Kommt schon, ihr würdet das ganz sicher auch probieren und es schmeckt super lecker. Ich hab nur einen guten Brokkoli, den ich essen kann. Alles andere kann in die Tonne. Und du weißt ja, wir müssen aufessen, sonst regnet's morgen. Einfach ein gutes Glück, oder? Lecker, 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 lecker. Mann, ich find's immer noch eklig, was flexisch ist. Hashtag lecker. Wow, Leute, Mann. Ich fühl mich so refresh mit dem Ensinger Sport. Iso. Das ist echt krass ein grünes Getränk, Mann. Und ich hab ne schöne Limo. Schmeckt dir, schmeckt dir, schmeckt dir. Voll Energie jetzt durch das Iso-Trink. Ich glaub eher durch die Erbsennudeln. Ich würd sagen, wir essen auf. Und dann sehen wir uns zum Mittagsnet wieder, Freunde. Bis dann. Komm mit, du musst aber leise sein. Mein flexisch ist oben, macht keinen Mittagsschläfer. Ey, diese Erbsennudeln, die waren so eklig voll. Oh, lecker, Mann. Endlich was Gescheutes zum Essen, Freunde. Was machst du denn da? Ist das grünes Essen? Ja, guck, guck, ist was grünes drin. Schau. Und was ist da in deinem Mund schon davor? Ich hole das grüne raus. Hallo, wir haben hier ne Challenge am Laufen. Für unsere Fans, gib mal einen Daumen nach oben. Hier nicht hallo, keine Abkürzung nehmen. Du hattest leckere Erbsnudeln. Du hattest leckere Erbsnudeln. Weg damit, Mann. Sag mal, los, raus hier. Raus aus der Küche. So einer dieser Cayman. So. Hepp, 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 hepp. Hey, Mann. Mach mal auf. Es ist Snacktime. Wir haben hier noch einiges vor uns. Hoch mit dir, alter Mann. So. Wir haben noch einiges vor hier. Gibt's hier leckeres? Gibt's hier leckeres? Geiles Gurkenwasser. Eis. Zidrone. Gurkenwasser. Sehr, sehr lecker. Erfrischend. Hier. Gelb auf jeden Fall. Mh. 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 Sie ist echt lecker aus, Mann. Sauer macht lustig. Weißt du was? Ich nehm mir gleich noch ein Glöckchen. Ein kleiner Snack am Mittag. Es ist nämlich 16.30 Uhr. Weißt du das? Nee. Du hast recht. Ah. Oh mein Gott. Es ist was passiert. Wir haben 100.000 Abonnenten bei Cayman und Flexi erreicht. Leute, vielen, vielen Dank dafür, Mann. Wir danken jedem Einzelnen. Ja. Der Hammer, der Hammer, oder? Oh, jetzt geht's ihm auf einmal wieder gut. Bock mal auf was richtig Süßes? Komm, hau rein. Mh. Aber wie machen wir das jetzt? Mh. Das ist schon mal richtig gut. Ey, das oberste ist mein Teil. Ja, und warte. Ey, Finger weg. Wie viel aber meins? Halt mal durch. Schwierig. Oh, voll easy. Guck mal, wie geil. Und so können wir sogar ein Eis essen in der Challenge. Mh. Wir genießen die Sonne noch ein bisschen, oder? Topf lecker. Aber Leute, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wie viel hat das ganze Essen gekostet. Jetzt in die Kommentare. Die Zahl. Wie viel Euro? Am Ende lösen wir auf. Pschschsch. Was ist das? Uuuuh. Und mir bleibt nicht mehr viel übrig zu essen, Flexi. Also bei mir bleibt schon eine richtige Menge übrig. Ich seh's mal. Ich muss mich heute wohl an diesen Haribos hier vergreifen. Ja, aber du weißt, nur die Grünen. Das machen wir doch jetzt. Nur die Grünen. Und ich werde mich heute mal am Käse bedienen. Boah, lecker. Boah. Sehr lecker. So, das reicht mir erstmal her. Mh. Leckere Paprika. Käse. Oh, ich hab auch eine Paprika. Und weißt du was cool ist? Weißt du was? Du kriegst von dir das Grüne, weil du so wenig zu essen hast. Mh. Bin ich nicht nett? Hallo Grün. Lacki, nichts für dich. Heute ist meine Challenge. Mh. Du kriegst mit der Bizex. Hallo, weiter essen. Ich erstick ja hier mal so viel Grünstezeug. So weit ist unser letztes Essen heute. Moment mal, wir müssen doch noch was auflösen. Und was? Indem du einfach mal bei den Nüssen nicht die ganzen Nüsse isst, sondern nur die Schale ablägst. Weil die Erdnüsse sind gelb. Die gehören mir. Das sind meine Nüsse. Der hat noch Flexi 100.000. 100 Jahre Garantie. Ach ja, wir müssen doch noch was auflösen. Was ist denn? Die sind so scharf, Alter. Was hab ich? Die sind so scharf. Leute, wir haben euch ganz am Anfang des Videos gefragt, wie viel wir für alles ausgegeben haben. Der hat Geldbetrag, was wir alles bezahlt haben. Und jetzt kommt die Auflösung, Mann. Flexi. Hier ist die Quittung. Und es waren... insgesamt... 43,45 Leute. Hier ist der Betrag. Hey, Lucky. Oh, Lucky, Lucky, Lucky. Unser Gäse, Mann. Riechiger Geier. Oha. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, Mann. Hier unten steht der Betrag, Leute. Lasst uns doch mal einen fetten Daumen da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Die kann Lucky haben, ne? Oh, die ganze. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Zum Glück hatte ich Kelmen nicht gegessen. Es ist 3 Uhr nachts und Kelmen schläft. Und mein einziger Freund ist hier die süße Paprika. Oh, zum Glück hatte ich Kelmen nicht gegessen. Schaut mal, wie süß die ist. Mh. Mh, die schmeckt auch lecker. Endlich darf ich was Grünes essen. Was? Hallo? Was? Wie? Nein. Oh, mein Gott! Mh. 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 Leckere Bananen. Lecker, echt lecker. Lecker, lecker. 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 Lecker, 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 lecker. Super lecker. Lecker, lecker, lecker. Herstetik legt, lecker. Leckeres, sehr, sehr lecker. О, lecker. So, das ist sehr leckere absolutamente. Kekse? Die schmeckt auch lecker!